Hallo Leute, wenn man normalerweise ins Taschentuch schnäuzt, ist das was rauskommt fast so klar wie Wasser. Wenn man aber erkältet ist, dann landet auch schon mal Flatsch, dicker senfgelber Schleim im Taschentuch. Warum? Ist das gefährlich? Und was kann man dagegen tun? Übrigens, viele der Bilder sind aus dem Buch Mein Körper ist ein Superheld. Von mir geschrieben, von Timo Grubing illustriert und frisch erschienen im Arena Verlag. Zum Rotz. Wer stellt ihn eigentlich her? Unsere Nasenschleimhaut. Die kleidet unsere Nase von innen aus und an ihrem Schleim bleiben Viren und Bakterien kleben. Sind nur wenige Erreger da, reicht dafür der klare Nasenschleim. Wenn wir aber krank sind und es in unserer Nase vor Krankheitserregern nur so wimmelt, schickt unser Körper scharenweise Abwehrzellen. Es sind diese Abwehrzellen, die unseren Nasenschleim gelb färben. Abgestorbene Abwehrzellen. Aber dass die absterben, ist nicht weiter schlimm, denn unser Körper stellt jeden Tag über 15 Milliarden neue davon her. Gelber Schleim heißt also Abwehrvoll Aktiv. Wenn er zu dick wird, hilft viel trinken oder inhalieren. Wenn man dazu noch hohes Fieber kriegt und sich echt krank fühlt, ab zum Arzt. Dann könnten Bakterien dahinter stecken, die mit Medikamenten behandelt gehören. Sonst gilt, lass laufen. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, rotzfrech und munter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.